so meine lieben moin damit willkommen zurück bei der hidden objekt show season 2 framestyle mal wieder weg machen ist ja immer noch das altbekannte problem dass ich das ganze nicht geschafft aufnehmen kann gucken wir mal weiter unterschiede mal wieder hat man schon lange nicht mehr so mal gucken was jetzt mal auf anhieb alle finden das wäre das erste mal gucken wir mal es kann gut möglich sein dass ich die hidden objekt show ziemlich schnell fertig stelle also vorzeitig beenden will ich sie nicht dazu habe ich einfach schon zu viele projekte da zwischendrin aufgehört es könnte aber durchaus sein dass wir das ganze jetzt ein bisschen zügiger machen und zwar wenn wir alle spielmodus freigespielt haben dass es dann beenden werde weil ich im moment so unglaublich viele spiele auf der agenda habe ich aber schon mit fünf slots jeden tag ziemlich voll bin eigentlich ich könnte aber im moment zehn folgen jeden tag rausbringen wird natürlich viel zu viel ist mir ganz klar aber ich habe und einfach so viele spiele die ich gerne machen würde und ja wenn wir hier die spiele modi mal alle freigespielt haben dann ist es eigentlich doch immer dasselbe hier müssen wir mal gucken so zehnter unterschied waren wir noch ein ach da so wunderbar rätsel textring engagierte ich bin normalerweise winzig dennoch haben viel angst vor meinem netz eines binne spinne 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 fragezeichen ist eine fünf schade und er geht so ist nicht okay was auch ein problem ist warum ich dich in objekt schon wahrscheinlich wahrer scheinlich dann doch beenden werde sobald wir alle stufen freigeschalt haben ich denke mal wieder ein strategie spiel in den slots im moment habe ich ja minecraft und so magic und starbaut als endlos games laufen ja shadowflare habe ich jetzt auch beendet mittlerweile das war war ja auch ein mmo gut man konnte es auch allein spielen aber trotzdem was ein mmo ja das war auch ein endlos game geworden dann das bringt ja nicht mehr die selben spiele dann aus taker dann sehen wir auch keine unterschiede mehr ich hätte wie gesagt gern mal wieder ein strategie spiel ich habe auch schon was auf kiste liegen ist schon installiert habe es auch schon mal angetestet die meisten von euch kennt das todsicher das werde ich auf jeden fall als nächstes machen so schön die spinne immer noch nicht gibt es ja gar spiel ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wo ist er denn da kann man auch nicht jumpen das ist das problem na komm erzähl mal achte ich bin ein schlagsäger vogel und aufgrund meiner ernährung rosa flamingo die werden tatsächlich rosa wenn sie krebse essen die fluss krebs sind das glaube ich sogar genau ein telefon wenn du mich um wirfst gewinnst du vielleicht wenn du mich um wirfst gewinnst du vielleicht und derzeit das dann probiert mal alles aus was irgendwie so ein bisschen nach spielzeugen aussieht aber irgendwie ach so natürlich schwer da ein schmetterling sobald ich in kong verlassen habe eine europä ja wie gesagt strategie spiel habe ich auch schon auf der platte wie gesagt schon getestet funktioniert alles das will ich auf jeden fall machen das war es schon fünf stück gut okay so buchstaben finden das kennen wir noch alles machen wir erst mal wieder ein paar buchstaben voll tipps gibt es auch wieder zwei jetzt die übersprungen überspringen chips haben weil wir noch voll misst auch mal ausprobieren wie das funktioniert haben wir auch nicht getestet bisher so was brauchen wir denn alle strohhut und eigentlich das hier kappe würde ich jetzt mal überhaupt noch ein paar buchstaben so kann man schon mal ein bisschen mehr dran hier müssen das hilfe eine flieche eine lampe die da genau das ist der rakete brauchen wir nicht eine erdbeereistöte das ist immer eine perlenkette eine saftkanne da stoffing das ist ein finger hatte ich eben schon gesehen da ach schaumstofffinger ja klar eine schukawatte ein visier und ein cowboyhut ein feierlöscher haben wir und das ist eine diskokugel da cowboyhut und ein visier tja das muss man jetzt erst mal finden mh Ohhhh Ohhhh Hhhh Hhhhhh Hhhhhh Wo ist das Visier? Ein Tipp Hauptsache noch gefunden, na komm erzähl mal wo ist denn das, ach da, ok, so, neuer Rekord für diesen Raum, bestimmt nicht, so, was kriegen wir, wieder ein Geldpreis, naja, und weiter gehts, Bonbonkette, Zuckerwatte, rote Lakritzstange, es sind halt auch immer dieselben Bilder, das ist das Problem, das sind immer dieselben Hintergründe hier, das ist auch mit ein Grund, warum ich das dann auch doch schon relativ zeitnah dann beenden will, weil, es sind immer dieselben Hintergründe dann, bringt er dann irgendwo auch nichts, ach ne, Bonbonkette, die rote Lakritzstange haben wir ja schon, Eis am Stichel, Süßigkeiten, Schale, Gummifisch, Kandierte Apfel, Waffel, Wassermelonen, Stück, so, ich hab die Tickets noch gar nicht gefunden, und wo sind die? Hm. Torte, Keks, schwarzes Lakritz haben wir da, Torte und Keks, da mal ein Keks, das ist nichts, okay, hm 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 süßigkeiten schade gummi fisch so waffel gummi fisch da waffeln wo ich sie bonbon kette da gab es ja eigentlich keine coupons ach es gab ja gar keine deswegen okay down feilspitze zugehege wieder sonnenbrille boomerang diese geräuschkulisse ist einfach beruhigend so bummerang safari und eine feder popcorn ta eine fischgeräte da eine kiwi ach da war die feder warte wo die gleich mal hallo feder sonne ja jetzt brauchen wir auf einmal eine richtige metallfeder oder was ja halt die backen ruhig hier gibt es ja gar nicht wiffle ball ja halt die luft an feilspitze feder kiffi wiffle ball ja super feilspitze ist ja gar nicht nervig nervig zum glück äh doch hm 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 Hä, ist doch keine Feder da. Das ist eine Feder. Wollen das? Quatsch hier.